Hallo zusammen, hier ist wieder Herr Teller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute will wir so ein kleines Kisten Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Partys in Kisten und da war ich mal wieder ein bisschen fleißig, habe jetzt hier in BFA die letzten T-Mock Quests gemacht und nebenbei wieder ein paar Partys in Kisten mitgenommen. Das letzte Mal hatten wir ja schon den Demon Hunter fertig gemacht, jetzt fehlt nur noch ein Item in allen Partys in Kisten und zwar ist das einmal ein Item für einen Schamanen, Wellensprecher-Handschuhe sind es. Gut, ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau wie es beim Invoker ist, ob da auch vielleicht noch was drin ist, aber zumindest was aktuell All the Things anzeigt, sind es nur noch das eine Schammi-Items. 20 Kisten wollen wir aufmachen und wenn ich ein bisschen Glück habe, sind da vielleicht dann auch, oder ist das eine Item da noch drin, was ich brauche? Ich würde sagen, wir starten mal durch, drückt mir die Daumen und das erste ist direkt ein Schild, das brauchen wir nicht. Dann haben wir die Schuhe, die brauchen wir auch nicht. Dann haben wir nochmal ein Schild, das brauchen wir nicht. Nochmal die Schuhe, okay. Jetzt kommt nochmal das Schild oder was? Ne, jetzt kommt eine Waffe. Jetzt haben wir eine Faustwaffe, okay 5 Kisten waren das schon mal. Dann haben wir nochmal einen Umhang, nochmal eine Waffe, einen Kopf, Handgelenke und was ist das? Ein Trinkl, oder? Okay, die Hälfte der Kisten haben wir jetzt. Ungünstig, ich hoffe, dass wir jetzt noch was rausziehen. Wie sieht es aus? Nochmal ein Schild, das dritte an der Stelle. Viertes Schild, oh nein, meine Fälle schwimmen davon, ich hasse es. Gib mir bitte einfach nur die Handschuhe. Schuhe. Noch eine Waffe. Oh, nochmal das Schild, okay. Nehmen wir jetzt 5 Schilde, 3 Waffen. 5 Kisten haben wir noch. Oh, ich will nicht nochmal mehr fahren müssen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt das Ding raus. Schuhe, jetzt wird es hinten raus noch spannend. Eine Hose. Ach komm, bitte. Noch ein Schild. Noch eine Waffe. Komm, 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 komm. Ach nein, jetzt können wir noch mehr Kisten farben. Ich hasse es. Ja gut, Leute, ne. Sollte nichts sein hier an der Stelle. Wir haben jetzt 20 hier aufgemacht. 20 mal nichts drin. Und ja, dann muss ich jetzt noch ein bisschen weiter farben, um die letzten Kisten aufzufüllen, beziehungsweise dann auch die Handschuhe rauszukriegen. Man kann nicht immer was kriegen. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich genug Kisten habe. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.